Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampen in jeder Außenseite als Gemeinschaftsfremd-Tod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschlichkeit. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Himmler hat in Lübeck den Grafen bei Lübeck den Englischen Rundfunk berichtet, dass er... Himmler, unter all ausgerechnet Himmler, der Treuste der Treue, das ist der schlimmste Verrat von all! König! Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speyer, ja. Ein weltfremmer, unbere morningbarer Günstler. Einige anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler, ja, ist der Leben wahnsinnig geworden. Obsät zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort! Oh Gott! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscher ein. Und holen Sie mir Fägelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will zur Fahrzeit berichten! Das war ein Bisschen Saturn Produktion. Das war ein Bisschen Saturn Produktion. Das war ein Bisschen Saturn Produktion.